Ich war am Anfang sehr skeptisch, um ehrlich zu sein, weil ich ja nur die Erfahrung hatte eines normalen Face-to-Face-Unterrichtes und hatte auch vorher gar keine Erfahrung mit so Online-Meetings oder virtuellen Klassenräumen, hatte ich jetzt relativ wenig Erfahrung damit. Aber ich muss sagen, die Lehrer haben das echt gut umgesetzt und auch sehr sehr sympathisch. Also wir haben uns dann sozusagen in meiner Küche und in seinem Wohnzimmer getroffen und das hat die Stimmung echt aufgelockert und hat super viel Spaß gemacht und du hattest trotzdem noch die Möglichkeit, Mimik und Gestik von dem anderen zu sehen oder von dem Lehrer zu sehen. Und das hat es mir genauso einfach gemacht wie bei dem Face-to-Face-Unterricht hier vor Ort.